Die Große Sörte ist eine weite Bucht des Mittelmeeres an der Nordküste Libyens. Sie gehört zum libyschen Meer und ist der südlichste Teil des Mittelmeeres. Geografie Die Große Sörte erstreckt sich zwischen der Landspitze von Cefale bei Misurata in Tripolitanien und der Landspitze von Boreum R.A.S. Tejonis bei Benghazi in der Kyrenaika mit dem Plateau von Barka im Osten und weist eine Länge von 439 Kilometern auf. Sowie eine maximale Breite von 180 Kilometern. Die Flächenausdehnung beträgt rund 57.000 Quadratkilometer. An der Großen Sörte liegen die Städte Sörte R.A.S. Lanuf und Masa Elbrega. Sie sind Umschlagplätze für den Erdöl-Export Libyens und über Pipelines mit dem Landesinneren verbunden. Geschichte Die Reichsteilung von 395, die das Römische Reich in West- und Ostrom teilte, teilte die Küste der Großen Sörte unter den beiden Reichen auf. Während des Zweiten Weltkrieges fanden zwei Gefechte zwischen Briten und Italienern im Golf von Sörte. Das erste und das zweite Seegefecht im Golf von Sörte statt. Unter Berufung auf eigene Auslegungen des Seerechtsübereinkommens erklärte Libyen 1973 einen Großteil der Großen Sörte, nämlich den gesamten Bereich südlich des 32. Breitengrades zu seinen Hoheitsgewässern. Diese von den meisten nicht-arabischen Staaten der Welt nicht anerkannte Ausbreitung in als international angesehene Gewässer führte wiederholt zu militärischen Auseinandersetzungen, obwohl außer von und nach Libyen gehenden Verbindungen keine internationalen Schifffahrtswege durch die Sörte verlaufen. Die im Mittelmeer stationierte 6. US-Flotte führte dort wiederholt Manöver, durch die Libyen in die Schranken weisen sollten. 1981 und 1989 wurden jeweils zwei libysche Kampfjets von im Mittelmeer stationierten Streitkräften der USA abgeschossen. 1986 wurden während der Operation Attain Document 3 Prairie Fire in der Großen Sörte zwei libysche Kriegsschiffe durch US-Streitkräfte versenkt. ull silk-leuthen Fritzkräfte Liebe